Herzlich Willkommen zu einer Folge FischkopfTV Hier ist ein Fischkopf, wir spielen bei der Oster und in der Arena mit dem Todesdrecksdeck des Todes Wie heißt das, Erna? Todes... Was hast du gesagt? Todesdrecksdeck des Todes Ja, äh... Es ist... Es ist wie es ist Einmal haben wir gewonnen Und ich glaube mehr wird da auch nicht bei rumkommen Es ist halt einfach auch irgendwie kein... kein gutes Deck Es ist... Ich bin ja auch schlecht Und guck mal auf die Uhrzeit Leute Also ich mein... Da kann man eh nicht viel erwarten Kann auch sein, dass es eine etwas kürzere Folge wird heute Aber ich sag ja manchmal Besser eine Folge als... Ähm... Kniebruch Ja, also... Besser eine kurze Folge... Als... Mittelohrentzündung Es ist was ich sage, ja Also das sage ich ganz oft Manche Leute zitieren mich und sagen dann Ein weiser Mann hat mal gesagt Besser eine kurze Folge... Als... Ähm... Eine... Kuh... Die lahmt Hahahaha... What? Larmende Kühe sind auch voll cool Diskriminierung Die arme Kuh Die arme Kuh Ich kriege immer... Den scheiß Coldlight Oracle Hatte ich bisher in jedem Spiel habe ich den auf die Hand bekommen Es ist unglaublich, oder? Pack ich jetzt weg, komm So... Gegen den Jäger verlieren wir natürlich Horde Das sehe ich jetzt schon kommen Zum Glück Haben wir den Leppergnome Wo wir schon erster sind Es ist ganz wichtig sowas Es ist ganz wichtig Und selbst wenn er den jetzt irgendwie direkt wegkriegt Dann musste er halt diese Aktion dafür machen Und das ist unglaublich wichtig Hätte ich jetzt nichts gehabt Hätte er auch diese Aktion nicht dafür machen müssen Und alles wäre kacke arsch gewesen Jetzt können wir sogar nochmal angreifen Hier, pass mal auf Sowas... Wir könnten den auch nochmal... Aber das wollen wir nicht Jetzt sind die fast geheilt hier Okay, und weiter geht's Und frohen Mut, jetzt geht es weiter Wir spielen gleich den Raid Leader Wenn alles, äh... Nach Plan verläuft Damit wir noch ein bisschen mehr Schaden machen können Und yes, wir können Yes, yes Ja, hallo, auch eine schöne Karte Gut Zack Und schon hat er nur 25 Leben Aber jetzt kommt die erste Karte Die uns hart auf den Sack gehen wird Wahrscheinlich ein Animal Companion Oder ein 3-3er-Bär Nein! Hallo! Ey Leute, das ist ganz cool eigentlich Weil den können wir töten Das ist eigentlich ganz cool, ne? Weil den können wir töten Und dann können wir den zurückholen Achso, ne, der kostet 3, ne? Aber der kostet nur 1 Können wir quasi mit dem einmal angreifen Nur den darf ich es immer wieder... Achso, der überlebt aber nicht Hmm... Lololololala Aber wir machen's trotzdem so Wir machen den kaputt Wir gehen da drauf Oder wir spielen 89 Well. Und heil den einfach nur. Auch eine Möglichkeit, ne? Auch eine Möglichkeit. Komm. Zack. Zack. Und der kann sogar angreifen jetzt. Okay. Cool bleiben. Ist erstmal die Wiese hier. Und gewinnen wir eigentlich auch nicht schlecht. Komm, einen Sieg können wir noch holen mit dem Deck. Einen Sieg können wir noch holen. Eines Tages, ne? Oh, das wird so krass. Wenn ich es mal irgendwann schaffe, zwölf Siege in der Arena zu holen und das auch noch aufnehme. Das wird natürlich nie passieren, aber vielleicht ja doch irgendwann mal. Dann gibt's dafür auch ein extra special super krasso Thumbnail, Leute. Ist toll. Oh. Oh, du machst so ein neues Thumbnail. Cool. Okay, das jetzt gerade ist sau uncool. Das jetzt gerade ist sau uncool des Todes. Und selbst einen Minecraft Control Tag zu spielen, ist irgendwie uncool. Ja, komm. Mach jetzt den auch noch kaputt, du Sausack. Ich bin richtig sauer. Jetzt bin ich richtig sauer. Immerhin hat er sich das Ding noch mal heilen können. Das ist gut. Sollen wir jetzt überhaupt das Leben verdoppeln? Eigentlich ja, ne? Das machen wir jetzt. Und dazu spielen wir noch den Hannes hier. Zank. Dong. Okay. Okay. Und ich hoffe, ich kann jetzt gleich seinen blöden Buzzer töten. Weil der Typ hat viel zu viele Karten. Er hat viel zu viele Karten. Und so viele Karten, wie der hat, wird er jetzt auch noch mal mindestens eine ziehen. Jetzt kommt auf jeden Fall auch ein Taunt. Bin ich mir fast sicher? Nee. Okay, zieht eine Karte. Multishot. Nein. Nein. Sehr uncool. Hätte er jetzt diese Karte, könnte er damit den Light Will töten. Das wissen die wenigsten, aber viele wissen das. So. Jetzt würde ich gerne das Ding hier töten. Und vielleicht muss ich es tun mit dem Argent Commander. Was ein bisschen komisch klingt. Ist aber so. Was kostet die Karte? Zwei, ne? Und der hat eigentlich, nee, den habe ich ja schon auf zehn Leben gebracht. Den kann ich dann aber nicht mehr heilen. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, wir hauen den tatsächlich da rein, damit diese Karte jetzt mal hier weg geht. Ups. Okay. Ich weiß, viele von euch hätten das jetzt nicht gemacht, aber wir müssen jetzt seinen Card-Draw hier mal einstoppen. Obwohl, er hat neun Karten, ne? Ich hätte nur noch eine ziehen können. Mann, der, 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 der scheiß Brunnen muss überleben. Nein! Nein! Okay, das Spiel ist verloren. Das Spiel ist vorüber. Ich wüsste auch nicht. Ich wüsste auch nicht. Komm, jetzt haue ich einen Spellbreaker raus gegen den scheiß Wolf, ne? Weil ich wüsste nicht, ich habe hier halt nichts anderes. Ich könnte den hier noch spielen. Das ist auch kacke. Komm, wir spielen den Spellbreaker. Dann haben wir halt einen 4-3er auf dem Board. Der hatte noch einen Angriff dann. Und heilen uns noch. Oh! Geil ist anders, aber komm. Wird es dann ein 1-1 sein dauer, oder kann man da nicht viel machen mit? Im Moment nicht, jedenfalls. Oh, shit. Was ist denn das für ein Arena-Draft, Alter? Zweimal den, den, äh, den Bohr mitgenommen. Was hat er sich denn dabei gedacht? Kartro mit dem Bastard, oder was? Uh, ich sehe schon. Ja, ja, ich merke schon. Nicht cool. Die haben beide Charged jetzt auch noch. Oh, okay, Digga. Okay, Digga. Ja, da würde ich auch ins Gesicht gehen, du. Da klauen wir uns jetzt einfach. Und ich hoffe, den 4-4er taunt. Oh. Komm, 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 komm. Papa braucht. Yes! Okay, ja, sorry, Alter. Und was wir jetzt noch machen, ist auch geil. Und zwar... Machen wir sowas. Schwing. Und lassen wir jetzt die 1-1 erleben, ja, ne? Und wir hoffen auf eine Nova demnächst. So was. So, Kollege. Oh, da habe ich aber auch genau den richtigen gekriegt, ne? Das ist geil. Das ist geil. Genau so muss es laufen, Digga. Viele Leute rufen mich an und sagen, ich spiele manchmal auch den MyControlTag und kriege da nur Scheiße bei raus. Was soll ich machen, Fischkopf? Und dann sage ich immer, weißt du was, geh mir nicht auf den Sack und leg auf. Düt, 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 düt. Ey, diese Waffe ist so OP. Die ist so unglaublich OP. Was rechtfertigt denn bitte? Okay, sie kostet 7. Okay, die ist teuer. Aber trotzdem. Aber trotzdem, Leute. So, diese Karte bringt mir jetzt gar nichts gegen. Der hat den komischen 1-1-er. Ähm. Hm. Spielen wir jetzt den? Ja, ne? Wie viel Angriff hat das Ding? 5. Und dann hätte der 6-6. Äh, kann er aber hier mit Kombination, ne? Und der ist eben Mut wieder angreift. Das heißt, wenn wir jetzt den spielen, ist das verschenkt. Weil das macht noch nicht mal Schaden an ihm. Das heißt, wir spielen den jetzt nicht. Spielen dafür... Ja, den zu spielen ist auch kacke. Ist richtig kacke. Und den auch. Allerdings... Könnten wir mit den beiden angreifen. Den dann spielen. Einen von denen einziehen. Und den gleich wieder spielen. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, pass mal auf. Dann gehen wir hier mal ans Gesicht. Sammeln die Bammel. Ziehen... Pfff, den hier wieder rein. Ist ja scheißegal, welchen von beiden. Spielen den wieder. Heilen uns. Und behalten den Rest auf der Hand, um zu gucken, was passiert. So, Digga. Und jetzt wird er wahrscheinlich die Waffe mit einen von denen hier reinhauen. Und, ähm... Okay, den können wir mindcontrollen. Alles klar. Worgen können wir dann wahrscheinlich noch mit einem, der hier übrig bleibt, töten. Einer müsste ja übrig bleiben eigentlich. 2-1-1er hier rein. Der geht auf den 4-3er. Genau, dann haben wir noch den 3-3er über. Der kann in den Worgen rein. Das ist für mich total okay. Ja. Achso. Oh, ja, das ist natürlich noch schlauer. Okay. Ja, ist ja jetzt egal, welchen von beiden. Haben wir beide drei Angriff, ne? So, wir könnten auch den hier... Ne, aber dann müssen wir den jetzt irgendwie töten. Deswegen müssen wir den jetzt einfach mal rüberziehen. Schwacka-dum-bam-bam. Machen den hier kaputt, weil wir könnten auch drei Schaden da machen, aber das ist mir jetzt hier zu heiß. So, haben wir Board-Control, aber kein... Also, wir haben auch kein Card-Control, ne? Wir haben nicht die Überhand, was die Karten angeht. Allerdings können wir gleich den hier noch spielen. Dann sind wir erstmal relativ safe. Und können uns dahinter so ein bisschen heilen. Das ist im Moment mein Plan in meinem kleinen Mini-Gehirn. Neun hat er noch fünf. Könnten wir da mitmachen. Hätte noch vier. Und... Oh, shit. Das ist jetzt ungünstig. Was ist das für ein Secret? Ein Snipe? Ist das ein Snipe? Oh, shit. Tja, okay. Also, wenn wir den jetzt spielen... Oh, yeah. Hello, bitches. Okay, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Tschüss. Ähm... Ja, es ist ein Snipe. Wenn ja, dann ist das Ding gleich tot. Aber wir können es heilen. Snipe. Snipe. Fucken. Aber wir können es ja zumindest... Schon mal... Können wir ihn hier vor dem Wolf retten. So. Hm. Ach, ne. Komm schon. Das ist diese OP-Waffe. Und was der für ein Draft hat. Was der für ein Arena-Draft hat. Der hat jetzt schon den gefühlten 25. Timberwolf. Seine zweite OP-Waffe. Der hatte zwei von den Schweinen da. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Die Holy Nova bringt mir jetzt gar nichts. Die scheiß Waffe geht mir auf den Sack. Aber wir müssen Sachen machen, Leute. Wir müssen Sachen machen. Spielen wir jetzt zum Beispiel trotzdem die Holy Nova? Oder spielen wir sie nicht? Ich weiß es nicht. Wir spielen jetzt den hier. Heilen uns. Wir warten ab, was passiert. Wir warten ab, was passiert. Wenn er jetzt... Also er wird nicht beide reinhauen. Er wird nicht beide Minions reinhauen. Wenn, dann wird er die Waffe reinhauen. Und dann ist es, glaube ich, wie ich finde, ein ganz guter Magnet. Ja, genau. So, sehr gut. Geht mir den 5. Halt nicht bei uns mit rein. Oh, fuck my ass. Das ist nicht dein Ernst. Du Penner. Boah, ich bin ein bisschen wütend, ne? Und wenn jetzt der Wolf wenigstens tot wäre, könnte man hier swappen. Und dann würde der auch sterben von der scheiß Holy Nova. Aber jetzt ist er eh alles kacke Arsch. Und Zwirn. Moment mal. Vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Guck mal. Oh. Ein Snipe, nein. Hä? Was ist denn jetzt hier passiert? Ach, weil er 2, 3 hat und weil ich es geswappt habe. Okay, aber dann hat er jetzt nicht. Hä? Wir müssen doch jetzt 2 Leben haben. Du Sacksau. So, das muss ich jetzt spielen. Ich weiß, es ist dumm. Also nicht dumm, aber... Ach, shit. Und dass er jetzt hier noch sein komisches Niedern hat, ne? Das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack. Und jetzt kriege ich so meine Probleme, ne? Ich müsste jetzt direkt einen 7 Schaden machen. Du kannst jetzt noch angreifen. Geht er jetzt in mein Gesicht oder dann tötet er den Nuthoderer? Dass er da mit ins Gesicht geht, ist mir klar. Damit aber auch. Okay. Ähm, wir könnten... Na, den... Also ich könnte sie spielen und dann den hier heilen, aber... Not. Zack. Okay, wir können noch eine Karte ziehen. Er hat keine Karte! Das zieht mir, das gibt mir eine Karte aus seiner Hand und er hat keine Karte. Wie abgefuckt. So, er hat jetzt 11... 13... Ich bin tot. Jetzt hat er E14 und mit seiner Heldenkraft... Ah, shit. Ah. Gut, konnte ich nichts machen. Konnte ich nichts machen. Und die Mindvision, das... Ich meine, klar, es war typisch Fisch. Es war auf jeden Fall ein typisch Fisch-Moment. Aber ich hätte es jetzt eh nicht mehr spielen können, weil wir beide getop deckt haben. Oh, immerhin. 40 Gold. Ja, cool. Hey, voll geil. Aber wir haben 1135. Jetzt gar nicht mal so wenig und vielleicht kriegen wir ja jetzt auch noch was raus. Außerdem ziehen wir jetzt noch eine Legendary, Freunde. Wir erzielen jetzt noch eine Legendary, Legendary. 30 Gold. Schalala. Okay. Ne, geht's nicht. Okay. Open Pack. Gib mir. Gib mir. Gib mir eine Legendary. Hihi. Gib mir. Gib mir. Gib mir eine Legendary. Okay. Das war wichtig. Und. Young Preacist. Ne, haben wir schon. Ne, haben wir. Ne, Shadow Step. Alles für den Rogue. Und. Und. Ah, shit. Ein Loot-Horderer. Es ist nicht euer fucking Ernst. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier, bitte? Hatte ich alle schon, ne? Lass mal nachgucken, bitte. Lass mal bitte nachgucken. Ne, eine hatte ich noch nicht. Naja, gut. No. Um 430. Das ist schon mal eine epische Korde, ne? Die wir dort kraften könnten. Äh, schauen wir mal. Ob wir das irgendwann mal in der Zukunft machen. Das werden wir nochmal rausfinden. Irgendwann in der Zukunft. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Etwas kürzere Folge, wie gesagt, heute. Äh, wenn's euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann und... Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.